Vyazlav, Vyazlav erzählt dir was. Mein armer Sohn spielt in einer Mannschaft, wo nur Muslime sind. Also deswegen ist dein Sohn arm, der arme Kerl, dass er in einer Mannschaft, wo nur Muslime sind. Und er kommt mit denen gut klar. Ja, dann ist doch kein Problem. Weil die noch keine Pia Vogel kennen. Daran sieht man, dass du wirklich ein extremes Medienopfer bist. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Wenn die mich kennen würden, dann würden die gerade die Leute respektvoll behandeln. Wir sind nicht irgendwelche Leute, wir sind diejenigen, die die Jugend von der Straße holen, damit die nicht kriminell sind und irgendwelche Leute zusammenschlagen. Informiere dich lieber mal. Vyazlav. Aber solche Leute wie du kenne ich schon seit 20 Jahren. Unverbesserlich. Du bist bestimmt Corona-Gegner, oder? 100%. Die Medien haben gelogen. Weißt du mal, Ukraine-Krieg bist bestimmt auch gegen, oder? Ja, ist auch alles nur Lüge von Medien. Aber wenn die über mich reden, dann glaubst du alles, ne? Und wenn die erzählen, wie schlimm es den Deutschen geht, wenn sie in Mannschaften sind, wo nur Muslime sind. Komisch. Dann ist das dann bei deinem Sohn nicht so schlimm. Dann werfen Sie eben nach der Boss.